Schöne gute Nacht, herzlich willkommen, weiter geht es. Schön mit Metal Gear Solid 5. Wir haben letztes Mal mit in einer Mission aufgeteilt, oder besser gesagt, am Start einer Mission. Wir müssen so viele Vehikel eliminieren, wie es geht. Und ich hoffe, dass das hinkommt, denn ich habe mein Pferd hier dabei, was da ist. Und ich habe einen Raketenlauncher dabei. Deshalb gucke ich mal, was wir hier zu leisten imstande sind. Ich habe mich ja in so eine Mission, hatte ich schon mal gemacht. Wir müssen mindestens eins der Vehikel kaputt zimmern. Und den sieben oder acht, die da sind. Ist auch egal. Wann halte ich jetzt durch? I don't care. Hast du mein Pferd erschossen, oder was? Und zurückfährt. Da. Nee, hat es nicht erschossen, so. Ja? Glück gehabt, hat er einfach mit meinem Pferd geschossen. Das ist doch Bullshit. Noch einmal. Ja, es sollte reichen, oder? Ja, es reicht. Alles klar. Okay, Mission geschafft. Das ist doch schon mal was. Boss, wir haben Informationen über neue Targets. Check your eye droid for their predicted route. Schießt mir doch nicht auf mein Pferd. Boah. Das ist doch Bullshit. Wenn man hier nicht auch einfach mal durchreiten kann, wenn man auf so einer Mission ist. Her, du Pferd. Alles wieder gut. Oh, jetzt bin ich komplett falsch. Ah, scheiße. Bin komplett falsch. Wenn ich Pech habe, fahren die nämlich raus. Aus der Gegend, wo ich sie treffen kann. Dann ist Essig. Der Mission. Ein paar werde ich auf jeden Fall nicht holen können. Oh, Alter. Ah, shit, hier sind wir. Oh, scheiße. Ja. Shit. Ich weiß gar nicht mehr. Ich komme hier so rum. Okay. Die Straße kreuzt wieder. Ach, ich kriegste mich. Ich weiß. Reicht das nicht? Sag mal. Doch, jetzt dampft er. Wo ist der nächste? Do you think you can bust them loose? Just if you have the time to spare. Your map has been updated. Die Frage ist, ob das reicht. Aber zwei müssten doch reichen. Ja, das reicht. Oder? Wo ist der? Da ist er. You've got other targets close here. You can check the predicted route on your eyedroid. Was? Flydrop auch noch, aber... Ähm... Den anderen müsste ich ja anhalten eigentlich nur, ne? Ich hab nur noch zwei. Wo, wo? Wo komm ich da? Wo ist er? Wo ist er? Wenn ich hier die Abkürzung nehmen. Das ist jetzt zu gefährlich hier. Hier bin ich. Ja, okay. Ich bin gerade zu vernichtet hab, das letzte Mal. Ich weiß nicht, ob das so richtig war. Noch eine Brücke, wo ich rüber kann. Wo ist er? Untertitelung des ZDF, 2020 Aber? Aber? Aber geschafft, oder? Super. Ich weiß nicht, gerade mit Mortis nach mir. Oh, shit. Oh. Hey. Verdammt. Ich hätte einen Supply Drop machen sollen. Ich glaube, ein paar werde ich nicht erwischen, jetzt wo ich auf den Supply Drop warten muss. Oh, komm, scheiße. Shit, der fährt auch noch weiter. So. Na, mein fährt. Es ist zu früh, um diesen einen zu eliminieren. Fokus auf den restlichen Targets auszutauschen. Boss, du brauchst ein bisschen mehr Feuerkraft? Wir sparen den Soviet-Veons-Transport-Truck. Wahrscheinlich ist die Cargo etwas ziemlich kräftig. Wir denken, ob wir sie machen. Oh Gott, das ist das. Alles drei Treffer. Wo ist jetzt dieser... Wie kommt der denn her? Ahm... So. Die Preise sind es einfach. Ja, endlich. Ups. Das war nicht so clever. Zieh dich, Boss. Ich hoffe, lieber nicht den... ...den anderen Weg nehmen. Ja, fährt erst. Stopp! LKB! Entwenden! Stopp! Entwenden! Stopp! Ja, fährt erst. Stopp! LKB! Stopp! Prijom! Krass ist. So. Oh, fuck. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich? Wo bin ich? Das ist eigentlich... rechts umdrehen, da runter. Das ist das, was hier bringt. Das auf den anderen wohl verzichten. Die fahren zusammen. Scheiße, die gute Waffe. Stopp! Stopp! Das ist KB. Er ist etwas. Um Wahlen zu werden. Wir haben die Brüge gebracht. Das war immer noch nicht. Die Brüge geht um. Ich hatte sicher, dass Sie ihn jetzt nicht zum tense. Stopp! Das ist der KB. Stopp! Die Brüge geht. Stopp! Das ist der KB. Stopp! 3 Minuten remaining. 3 Minuten remaining. 3 Minuten remaining. Das müsste hoffentlich reichen. Hat das immer noch nicht gereicht? Das kann doch nicht sein, oder? 2 Minuten noch erwischen. Fuck. Den Granaten freue ich mich jetzt auch nicht an, weil er wird mich wegzimmern bestimmt. Supply job complete. Okay. Ah, fuck. Obwohl... Naja. Ich sehe hier. Also... Ich sehe da noch was. Der Truck ist noch markiert. Da ist Exfiltrate. Aber... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das spare ich mir. Geh raus Boss. Oh, das spare ich mir. Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn her? What the hell? Oh, die Mission darf doch jetzt nicht noch scheitern. Komm ich da hin? Oh shit. Komm ich da irgendwie hoch? Komm ich da hoch, oder? Nein, 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 hol ihn raus, hol ihn raus, hol ihn raus. Das geht nicht. Fuck jetzt. Wer fährt? Direkt an meine Seite. Wo ist das gehört? So. Ähm. Dann. Pickup wäre besser, no? Oh. Ich stehe sogar bei einer Pickup-Zone. Dieser eine Truck, den sie hatten, no? Der Stand, da ist eine gute Waffe drin, aber anscheinend, weil das Missionsziel vorbei war, aber jetzt explodiert er da auch, aber das zählt wohl nicht mehr, da hätte ich wohl was klauen können mit einer Waffe, oder den zum Halten bringen können. Nervig. Egal, aber hey, sechs von sieben ist auch gar nicht mal so schlecht dafür, dass das alles so weit verbreitet ist. Müsste ich immerhin auch genug Geld haben, um eine schöne Tranquilizer-Gun, die bessere zu entwickeln. Hoffentlich ist das wirklich die mit den unendlich Schalldämpfer. Ah, das wäre so toll. Immer schön. Sag mal. Jetzt mal her. Weapon drops. Weapon drops. Wee! Aha. So. Habt ihr noch kurz mal ihre, ihren Guard-Post gekillt? Guck mal. Ah, okay. Guck mal, das hab ich gar nicht gewusst. Ich dachte, Steahorse bleibt hier in Afghanistan, aber die holen es tatsächlich das Pferd mit Fulten wieder raus. Hab ich auch noch nicht gesehen vorher. Interessant. Ich dachte, das Pferd ist immer hier in Afghanistan und wartet auf mich. Wird dann hingelotst. Das war auch mal schön erfolgreich. Oh, und den Battle-Rest kann ich jetzt auch entwickeln. Was ist das? Oh, warte. Ich dachte, ich war ganz gut, aber es war nur D-Ranking. Naja. Eigentlich hat sich das ganz gut angefühlt, die Mission hier. Oder waren jetzt Elf-Fächige statt Sieben, ne? Auch angezeigt. Oh, ein Elektro-Swing-Specialist. Tough Guy. Nudel-Oktopus. Wer will denn die ganzen E-Leute haben? Ihr könnt doch nichts. Okay. Aber lass mich doch erstmal... Oder werde ich jetzt automatisch zur Station zurückgeführt, damit ich einmal baden gehen kann mit Quiet. Oder was ist hier los? Das kommt bestimmt irgendwie so ein Kojima-Kack, ne? Typischer Kack. Okay, mal gucken. Ist das jetzt schon? Okay. Oder Kindersoldaten. Eins von beiden. Oh, wir wollen doch Snake sehen. Unser bester Freund. Kein einziges Mal geduscht, seitdem wir hier auf der Station sind. Das ist einer der kleinen, jungen Kranken, die wollen es nebenhin. någon, der wird einfach nicht verletzt. 했다. Oder ist die Quarte. Standin'... ... 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 Aber für die Kinder. Nur weil Shabani seine Halskette verloren hat. Drogen schnüffeln. Flordrogen. Ach nein, natürlich war es hier. Liquid. Aber Quiet muss ja nicht atmen. Halb nackt, slow motion. Stimmt, Quiet atmet ja über die Haut. Aber es ist Quiet. So sexy. Quiet atmet doch durch die Haut, Leute. Habt ihr doch so etabliert. Natürlich, jetzt springst du wieder raus, als ob nichts wäre. Weil sie mag auch die Kinder. Das Chlorbecken. Warum lasst ihr denn so ein tödliches Chlorbecken da einfach offen? Kommt, Leute. Jetzt müsst ihr die traurige Musik nicht spielen. Jetzt springt sie wieder raus mit der Halskette. Oh. Factor Quiet. Ich liebe dich. Meine Kommentare. Alter, was? Oh. Okay. Was ist denn jetzt los? Und brannte Haut. Aber die Brustphysik geht trotzdem noch. Die hat sich für uns geopfert. Für die Halskette von Schabani. Müssen ihr jetzt helfen. Komm, Boss. Dann geh mit ihr doch mal ins Kino. Oder irgendwie sowas. Hey, ich hab ja ganz vergessen. Master Miller ist ja blind. Halskette. Komm sie mit. Wenn er wüsste, wie sexy die Quiet ist, dann würde Master Miller wahrscheinlich auch nichts dagegen haben. Jetzt hast du einer gleiche. Er wäre ja immer dagegen, dass sie da ist. Wahrscheinlich, weil sie nichts gesagt hat und er sie dadurch nicht beurteilen konnte als Blindman. Ja, schön. Was denn? Was denn? A corpse. Human. Was? The pop maintained a low internal temperature the whole time and very little outside air got in. That would have slowed down decomposition. Still. The remains were mostly skeletal. Die estimated time of death is between six months and a year ago. We put the screws to Huey about it. Listen to the tape. Turns out it was the body of someone we knew very well. Könnte es The Boss sein? Aber The Boss ist doch nicht so... Guck mal, Alter, die hat S-Ranking und so weiter. Also Schnitte. Break-Chameleon. Das war die Übersetzerin. Guck mal, wie gut die ist, ne? Alter, SS plus. Chirurgin. Du doch mal mit. Wenn Quiet nicht will. Bin ich denn jetzt... Bin ich denn jetzt? Bin ich bei Quiet's Zelle? Oder ist das immer noch der... Da ist sie. Das ist ihre Zelle, aber wo ist sie denn? Mal nachts auf der Toilette. Okay, also... Das würde ich tatsächlich ja sogar mal anmachen. So viele Cassett-Tapes, die ich wieder angesammelt habe. Irgendwann mal alle durchhören in Ruhe. Hamburg-Gast? Ähm... Welches Tape könnte es denn sein? Moment, ich habe jetzt vier... Ah, voll. Ah, ich denke auf... Soll ich... Aber es gibt Dancing with Tears in my Eyes und Take on Me. Soll ich Man-Eater tatsächlich mal eine Pause geben? Ne, Moment. Das Erste, was ich mache, ist... Lass uns hier... Alles nacheinander. Also ich suche gleich das Tape. Wahrscheinlich ist es tatsächlich... Aber es kann nicht der Körper von The Boss sein. Das geht nicht. The Boss ist viel früher gestorben. Aber er hat ein bisschen was von dir gehört. Jemand, den wir kennen ansonsten. Ähm... So, einmal die Cytops, die Combat Deployments, alles nacheinander. Zeitig, zeitig, zeitig. Dann das Entwickeln der Waffe. Please select a mission. Ja. Unit dispatched. Unit dispatched. Unit dispatched. Okay. Develop. Please specify a project. Boden Crescent, R&D Team. 36. Was noch Interessantes? Electromagnetic Mind. Future Vehicles. Mehr C4. Ah. Das kapiert Power Up. C4 eigentlich... Soll ich das C4 weiterentwickeln? Oder lieber was anderes? Oh, die ist... Äh, Pichot... Äh, hier, die Dings da. Assault Rifle ist gleich auch fertig. Komm. Nee, C4 reicht, so wie es ist. Minen benutze ich kaum. Moment. Granaten. Rocket Launch ist das Geilste. Er spare ich das Geld erst mal. Development complete. So. Also das Tape. Versuchen. Das Tape. Ist bestimmt auf der Krankenstädt zum Quiet. Deshalb ist er nicht unten und duscht. Ähm. Es kann ja nicht um die Hamburger gehen. Highface. Coast Scouts. Parasites. Uranium. Baby Zero. Da ist meine Ruhe hören. What happened to the man? Man of fire. Who is the floating boy? Uh. Auch interessant. Ja, ich check noch mal kurz, wo die, äh, Nachricht hier ist, die auf dem Tape drauf ist. Und im besten Fall hören wir sie, wenn wir aus der Wärme zurück sind. Bis gleich. ich weiß. 楷. Probably nicht. Ich weiß. Auch. Himmel gehören.